Seit mehr als einem Jahr hat die Corona-Pandemie die Welt im Griff. Sie beeinflusst unser Leben und unsere Art zu arbeiten. Vieles ist anders geworden. Dieser Wandel verlangt Veränderung. Wir gestalten unsere Arbeit unter neuen Bedingungen. Durch den Ausbau der digitalen Kommunikationswege bleiben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden. Auch auf Distanz. Und treiben so unser Geschäft voran. In allen Konzernteilen weltweit. Mit durchdachten, effektiven Gesundheits- und Sicherheitskonzepten haben wir coronakonformes Arbeiten etabliert. Die Hoch-Tief-Innovationsgesellschaft Nexplore hat eine Corona-App entwickelt, die von vielen Mitarbeitern bei Turner in den USA täglich genutzt wird. Ein Beitrag für mehr Sicherheit. Auch als Spezialisten für Gesundheitsbauten helfen wir. Mit dem Aufbau von temporären Krankenstationen, so wie hier in New York, unterstützen wir Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Die aktuellen Herausforderungen treiben uns zu Innovationen an, damit wir unsere Projekte weiterführen können. So unterstützen unsere Tunnel-Experten aus Essen ihre Kollegen von Layton Asia in Singapur jetzt nicht mehr vor Ort. Sie übernehmen die Anfahrt der über 1000 Tonnen schweren Tunnel-Vortriebsmaschine per Fernsteuerung von Deutschland aus. Millimeterarbeit über 10.000 Kilometer. Erfolgreich. Unsere Innovationskraft kommt bei großen Infrastrukturprojekten weltweit zum Tragen. So machen wir Australiens Metropole Sydney fit für die Verkehrsströme der Zukunft. Etwa mit dem Großbauprojekt West Connex Motorway, an dem unsere Tochter Simic beteiligt ist. Oder mit Australiens erstem vollautomatischen U-Bahn-System. Der 36 Kilometer langen Sydney Metro Northwest, die Simic in einem Konsortium 15 Jahre lang auch betreibt. In Deutschland gelang den Hochtiefingenieuren ein Meisterstück an der Autobahn 45. Der Querverschub der Lennetalbrücke von fast 1000 Metern Länge. Deutschlandweit eine bislang einzigartige Leistung. Big Data, künstliche Intelligenz, Smart Cities. Für uns keine Zukunftsthemen, sondern schon heute Realität. So unterstützt die Hochtieftochter Edgetel Kommunen dabei, Straßenschäden frühzeitig zu erkennen und hilft so bei der Pflege und Erhaltung der Infrastruktur. Im Hochbau haben die Experten unserer Innovationsgesellschaft Nexplore die ständigen Verbesserungen der Arbeitsabläufe im Blick. Sie schaffen Sight Solutions, zeitgemäße Baustellenlösungen. Etwa durch Messungen, wie hier auf der Baustelle Heinrich Campus in Düsseldorf. Kontinuierlich werden baurelevante Daten erfasst, um Baurisiken frühzeitig erkennen zu können. Mit der eigenentwickelten Power Measuring Box werden Stromverbräuche reduziert. Das spart Kosten und verbessert unsere Nachhaltigkeitsleistung. Gerade auf Großbaustellen sind die Effekte hierbei immens. Auch beim Sophie Stadium in Los Angeles. Einem der größten Stadien der Welt, das trotz Pandemie pünktlich im Sommer 2020 von Turner fertiggestellt wurde. Auch an der Ostküste der USA kommen neue innovative Werkzeuge im Hochbau zum Einsatz. Etwa Spot. Der Roboter hilft im neuen Google Campus in New York bei der Innenraumvermessung. Mit verlässlichen Daten für effizientes Planen. Beim Spiral, einer neuen Landmarke am Hudson River, hat Turner pünktlich die Hochbauphase beendet. Ein grünes Gebäude mit Vorzeigekarakter. In Deutschland prägen wir mit unseren Hochhäusern unter anderem die Silhouette der Bankenmetropole Frankfurt. Mit dem One fügen wir aktuell ein extravagantes Ausrufezeichen hinzu. Hier haben unsere Experten mit einer Auskragung in 130 Metern Höhe eine besondere bautechnische Hürde erfolgreich gemeistert. Der Umgang mit dem Arbeiten in der Pandemiesituation ist für unsere weltweiten Mitarbeiter zum Alltag geworfen. Mit großer Achtsamkeit konzentrieren wir uns zugleich voll auf unsere Kernkompetenz. Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Hoch-Tief. Wir bauen die Welt von morgen. 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 Hoch-Tief. Wir bauen die Welt von intenstvable Hürde letztens den